Hier wird nicht unsere Demokratie geschützt, sondern machtbesessene linksgrüne Kungelgemeinschaften, die es in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, durch sämtliche Institutionen zu marschieren und diese zu unterwandern. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die demokratischen Parteien, zumindest nennen sich die Altparteien großspurig so, haben mal wieder einen Vorstoß angekündigt, um die Demokratie vor der bösen AfD zu schützen. Denn die Blockparteien haben Angst, dass die AfD bald die absolute Mehrheit in den Parlamenten erringen könnte und somit Einfluss auf das Bundesverfassungsgericht nehmen könnte. Man will der AfD also das verwehren, was die anderen Parteien seit Jahrzehnten nach Belieben tun können. Man denke bloß an den Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichtes, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Bundestag, Stefan Harbert, der seinerzeit als Merkels Liebling auf die Stelle gehievt wurde und das ohne jemals zuvor als Richter tätig gewesen zu sein. Ein bis dato einmaliger Vorgang. Und damit die AfD dann nicht die Möglichkeit hat, etwas an diesem Gekungel zu ändern, will man nun das Grundgesetz ändern. Man stelle sich also einmal vor, die AfD erlange wirklich die absolute Mehrheit im Bundestag. Was bedeutet, dass eine Mehrheit der Bevölkerung durch die AfD vertreten werden will. Und nun möchten die Einheitsparteien im Vorfeld dafür sorgen, dass der vermeintliche Volkswille nicht ausgeführt werden kann. So etwas nennen dann die Damen, Herren und diversen der Kartellparteien dann Demokratie schützen. Wer oder was wird denn durch solche Maßnahmen geschützt? Und vor allem vor wem? Hier wird nicht unsere Demokratie geschützt, meine Damen und Herren, sondern machtbesessene linksgrüne Kungelgemeinschaften, die es in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, durch sämtliche Institutionen zu marschieren und diese zu unterwandern. Diese Leute wollen nicht dem Volk dienen, sondern nur ihrer sozialistischen Ideologie sowie ihren eigenen Karrieren und Geldbeuteln. Entsprechend ist mit dem sogenannten Schutz der Demokratie nicht unserer Gesellschaft und dem Grundgesetz gedient, sondern der Schutz der Regierenden vor der Bevölkerung ist gemeint, die diese abwählen möchte. Wenn in einer Demokratie das Volk der Möglichkeit beraubt wird, durch Wahlen eine Regierung abzuwählen, dann, tja dann, liebe Freunde, dann können sich die Machthaber noch so oft Demokrat nennen, es sich auf die Fahnen schreiben oder den Staat sogar betont demokratisch nennen. Es ändert die Tatsache nicht, dass es sich um das genaue Gegenteil handelt. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn